Ich benötigte Saske eine Alkohopie, durchgeführt der Schmalerang. Wie viele? Wie viele Pfeilerfolgen soll ich noch hier warten? Es reicht. Na nun, verloren, dein Ende der Aspen. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, wie alle Wochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ich war schon Ende fröhlich, ganz fröhlich, ganz fröhlich, so schulter Blüten fröhlich, war ich im Heusland. Saske! Naruto! Ach, Saske, Saske. Welche Zeit lebst du denn noch? Die Frage ist, warum lebst du noch? Ach, das habe ich einem gewissen Kabuto zu verdanken, aber das ist bereits fünf Jahre her, genau, das ist wieder der dritte Ninja-Krieg. Ja, und heute praktiziere ich Kunst mit meinem Assistenten Naruto. Sein altes Outfit fand ich dafür geeigneter, denn wir sind jetzt eine Boybis. Und wenn du schon mal hier bist, Saske, kannst du ja gleich unser erster Fan werden. Also, das ist nichts. Aber wenn alles egal scheint, dann kann ich endlich meiner wahren Bestimmung nachgeben. Ich werde Pokémon-Meister. Ich will der Allerbeste sein, die keiner vor mir war. Was ist das, Saske? Du bist ja voll die Stammskanone! Was war's?